Alter Verwalter, Mann. Mit den Karten muss ich mich auch unbedingt noch mal richtig beschäftigen. Das dauert bloß zu lange, wenn man die sich alle durchliest. Na, die soll das jetzt auch mal überprüfen. Dann sind sie gar nicht überall. Dann fehlen ja auch noch welche. Überall, aber... Na, dann weißt du auch, was du zu Fähigkeiten hast. Nee, du sollst ja nur durchlesen, die du hast. Jetzt nicht alle, die du noch bekommen kannst, außer die Numen-Fähigkeit, wenn du die unten wechseln kannst. Mhm. Ja, aber habe ich jetzt keinen Bock drauf, würde ich mich eher dann beim nächsten Mal mal richtig mit beschäftigen oder wenn wir off-stream sind, damit ich euch erzählen kann, was ich mir für ein Set zusammenbaut habe. Wie gesagt, die Numen-Fähigkeit ist ganz wichtig, weil es gibt zum Beispiel auch sowas bei mir, ist es so, wenn du in den Rage-Modus gehst, kannst du unten links die Karte geben. Die da. Nee, 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 geh da doch mal raus. Und jetzt kannst du unten links die da. Okay. Jetzt kannst du wieder rausgehen. Hm. Ähm. Nee, hast du noch nicht erforscht, oder? Nee, es gibt nämlich auch so eine Sachen, dass wenn du im Rage-Modus zum Beispiel drin bist, die ganze Zeit Leben verlierst. Das hat mich schon ein paar Mal getötet und da wusste ich auch nicht, wo das ist. Ah, okay. Du musst mal aufpassen, dass du den Rage-Modus jederzeit abbrechen kannst, aber auch das herauszuhören kannst. Alles klar. Ja, danke, dass du dabei warst. Cool, wenn wir dich gut unterhalten haben. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, ne? Und kannst ja überlegen, den den hochzuholen. Wir hatten ja eh irgendwann mal überlegt, auch mal mit der Community zu tocken, wenn jemand Lust und Zeit dafür hat. Ja, ja. Neue DLCs auch raus. Und wenn vielleicht alle DLCs rauskommen, die draußen sind, ist auch noch mehr, zwar cool. Ja, alles klar. Dann macht ihr noch einen wunderschönen Abend bis zum nächsten Mal. Und dann, ja, können wir ja auch zusammen irgendwann vielleicht hier weiterspielen in den nächsten Wochen. Hoffe ich doch. Muss halt immer bloß gucken, also mit David kann ich das halt immer recht gut spontan zocken. Alle anderen Sachen wie Baldur's Gate sollte halt immer dienstags und vielleicht sogar donnerstags kommen und zwischendurch noch Sons of the Forest und so. Aber kriegen wir alles schon hin. Wir können ja miteinander kommunizieren. Wenn sie eine Züri bestäme. Wenn sie nicht in den directive. Wenn sie nicht in den Geräten bedeutet. Sie sind in euch. Wenn sie nicht in die Züri bist, dann kann ich nicht in den Geräten nehmen. Oh, bis sie nicht in den Geräten nehmen. Ich bin nur noch ein Bin. -Duch ist im Züri. Ich mag Pistolen schon sehr, ne? Ich muss mal dran denken, hier meine Pieke noch zu abholen. Und die Sachen gleich wieder zu reparieren, bevor wir uns ins nächste Getümmel starten. Wo ist der Heli? Da ist er. Der Heli ist da. Nee, du hast doch vorhin so schön gesagt, David. Nee, die Koppe. War das nicht mit dem Bären vorhin? Bären? Nee, wir hatten doch vorhin was, bevor wir hier streamt haben. Über rumgeblödelt haben. Ich hab's schon veressen. Nee, ich auch. Warum? Hat das nicht hier die Heli-Heli-Kopse? Nee, war irgendwas nicht. Hubschraubbär. Ach ja, Hubschraubbär. Siehst du, da war was mit Bären. Ja, nee. Nee, ich merk mir doch dein Geblöde nicht. Wenn ich mich mal ganz blöde am Tag merken würde, dann müsste ich ja ein Mastermind sein. Ach, dann könntest du nichts anderes mehr. Ich hab' ich auch so den ganzen Tag. Ach, du brauchst jetzt nicht. Ja, die hauen immer ab. Ja, die haben auch immer Loot dabei, also. Bei denen droppt wirklich immer was. Ja, das sind richtige... ...dove Leute. Die springen sich erst an, machen ganz viel Schaden und hauen uns ab und... ...wann ein paar Differpreise. Das waren aber zwei Zwillingsbrüder. Hickelzäber. Guck mal, da oben rechts ist Sarfe. Ja, Sarfe. Sarfe. Oh mein Gott. Komm mal hin. Ich hab' vergessen, wo wir hin müssen, David auch noch proben. Kann ich auch so? Ne, okay. So viel Parcours ist denn doch nicht im Spiel enthalten. Da bauen wir jetzt schon ein Auge aus, mit dem Stopp. Soll ich nicht gesund sein, hab ich gehört. Nein, die Augen sollten doch meinen Rubik im Kopf behalten, hast du recht. Oh. Hast du dir den Fuß gehackt und der Kopf ist abgefallen? Wenn's bei dir so aussah, bei mir hab ich den Kopf getroffen. Also bei mir hast du erst die Gabeln durch den Kopf gejagt, ja. Aber danach hast du dir den Fuß gestochen und der Kopf ist abgefallen. Oh, okay. So geht's weiter zu Sarfe. Ja, das ist mein Dash. Wie macht man den denn? Achso, den müsste ich erst ausrüsten, ne? Hm, ich weiß gar nicht. Kann ja auch gar nicht, dass das für deine Klasse nicht ist. Doch, doch, dashen konnte ich auch zum Ausweichen, aber ich weiß nicht mehr wie. Ja, deswegen müsstest du dir deine Karten durchrüsten. Ja, da hast du wohl recht. Ruben und Tisha just flew out of here. Did they tell you anything? Not a damn thing. Jimmy's trying to figure it out. Ha, genius. I'll see what I can find. Out of the way, Jimmy. I- Woah! Piece of shit. I know what you did. Back the fuck up. It's all in there. Ruben. Shatling. Whatever the fuck that is. And your name. Over and over. You all started the outbreak. No. You fucking psycho. He lied to me. I thought my blood was going to cure the plague. I thought something about me was special. He killed my city. I should have put a bullet in them. No. You asswipe! Go look how we can fight at where he's gone! I know where he's gone. He's flown to some lab on Hollywood Boulevard. Jimmy! What?! Everyone's freaking out. We need you out here. All right. In a minute. Jimmy Montana. Wen meinen sie wohl damit, ne? Ja, ich bin June Montana. Neun Staffel, ne? Das war der Schauspieler von Jimmy Montana. Zumindest in dieser Welt. Aber wenn du noch raus willst, gibt es ein Helikopter auf Hollywood Boulevard. Ich weiß, einen ex-pilot. Er ist ein mega-fan von dir. Also, ich glaube, du kannst ihn, you know, persuade ihn zu fly. Persuade ihn zu... Hey, wenn du denkst, ich werde einen Scheiß schlafen, damit du hier raus kannst. Was? Nein. Nein, niemand ist schlafen. Er muss sich glauben. Er hat sich in den Säuern für 20 Jahre alt und er ist... Um, agoraphobisch? Oh, well, that's splendid. Wir hätten mehr chance auf eine Magik-Karpette. Haha. Well, you know, I bet your critics are already writing you really nasty obituaries. Bet they are the wankers. Okay, I'll meet him. But no promises. Killer. Er lebt in der Säuern Outfall. See you soon. Can't wait. Okay. Wieder eine neue Karte. Jetzt mal einstecken, so wie immer. Alle einstecken, Leute. Scheiße, mein Rucksack ist auch schon wieder voll. Ich muss hier jetzt nicht so ein Ding sein. Ich muss hier jetzt nicht so ein Ding sein. Oh, Kleiner, ja. Ach ja, stimmt. Ach, geil. So. Kann man gleich recyceln, ne? Dann machen wir das mal mit den Sachen, die wir eh nicht brauchen. Oh, meine Frau hat gerade ihre neuen Schuhe eingesprüht, Leute. Ist doch ein bisschen in die Wohnung gezogen. Uzi haben wir dabei. Quests? Da können wir gleich weiter machen. Fähigkeiten. Ihr meinte, David ja, sollte ich mal reingucken. Ähm… Alter, alt. Okay, alt. Müssen wir uns mal merken, oder? Ausweichen. Da meinen die das Daschen, ne? Warte mal, dann machen wir das Daschen rein. Ach komm, wir bleiben beim Dropkick, oder? So, was haben wir hier? Drücke V. Okay, ich glaub, das hat David drin. Den Zähigkeitsboost finde ich schon eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, hat alles was für sich, aber man muss immer mal merken, V. Oh, ich muss ja echt mit meinen kleinen Händen weit weggreifen hier. So, was hatten wir hier jetzt noch? Bring Blut in Wallung, tötet es uns. Okay. Okay, die hatte ich noch gar nicht aufgedeckt. Oh, okay. Okay. Und überlegen habe ich mich. Ach, ne, komm. Ach, du Heiliger. Genau, das war das, wo es so viele sind. Oh, du Heiliger. Ich hab mich nicht aufgedeckt. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, rutschen ist geil. Ich bin aufgeschossen und aufzuladen, okay. Was hatte ich jetzt denn? Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin aufgeschossen und aufgeschossen. Ich bin aufgeschossen und aufgeschossen. Okay. Gut, das lassen wir nochmal drinnen. Okay. 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 finde ich gar nicht so schlecht und den aber auch aber wird ja auch schon mal durch super wartet mal kurz leute ich muss mal die heizung wieder ausstellen entweder so aber dann haben wir die karten schon mal durch der klingt doch super erst mal meine letzte bolette und dann macht das die muss ich jetzt halt bloß dran denken mit alt ist halt dieser ausweichen auf jeden fall sprungangriffe rutschen mache ich ja eh schon viel springen damit genau mit v genau da kann ich david boosten weil ich drücke kann ich dir so ein zähigkeits boost mit rein drücken genau für den rasereien modus war das mit dem stoßen wenn ich nie die nehme kommt eine schockwelle also können auch gegner um mich rumstehen die werden im weg genau treten macht doch mehr schaden treten tue ich ja auch oft schwere angriffe genau gesundheit wiederherstellen verstimmeln gesundheit wiederherstellen raserei modus jeder zorni explodiert am ende genau das war das und genau das julio konnte man hätte ich zwischendurch unser outfit wechseln nicht dass ich wüsste nicht mehr sagen ob du am anfang so aussahst also ich sah so aus aber ich weiß nicht ob ich die farbe geändert habe das kann gut sein die farbe könnte schon reichen zeige ich auch wo eine bergmann dass du dann kannst du ja mal gucken ob du noch modifikationen jetzt auch den was ich empfehlen kann halt mehr oder weniger ich bin nur hier zu sagen wir werden ein bisschen höher strom säure und blutung ja blutung vielleicht immer auf waffen die du bei bossen benutzt strom eher für für ich sag mal ein kleines viechzeug was vielleicht schnell schießt um es viel zu verbreiten oder sind mittelding ja ja blutung und gift auf bossen aber wo war denn hier die werkbank neben der frisor links in der ecke jetzt sollen wir nur weiterlaufen und dann ganz hinten links habe ich gar nicht für voll genommen leute ich glaube da steht doch eine kaffermaschine oder so wenn du noch im moment beschäftigt bist du kann ich mir noch eine zerrette drehen so ihr plan ist was start kicken auf people who don't belong if it means more food and less mouse to feed i wouldn't be against it wow and i thought the monsters were out there das ist auch gar nicht wenig na wie gesagt musst du gucken wie du mit dieser ich meine du kannst eigentlich so alles drauf klatschen du kannst es ja jederzeit noch ändern ich habe mir gedacht wo du denkst ey cool kann ich mit was anfangen guck dass du vielleicht ein element drauf hast passend wofür du sie einsetzen möchtest wie gesagt normalerweise du hast halt deine drei bis fünf waffen und die wechselst du dann je nach situation durch deswegen würdest du dir Gedanken machen wofür die die waffe für was die waffe ganz brauchbar ist mhm eher kleine einzelne gegner mit viel leben oder viele gegner und der in in nicht sp ich ich Warum nicht mal so? End of tomorrow, you won't even remember Reuben's name. Jimmy Montana's gonna set everything right. You'll see. I'm gonna set everything up. 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 Jetzt haben wir was gebastelt. Wir tauschen die gegen die aus. Und haben unsere anderen Waffen noch. Dann packen wir die mal erst mal ein Save. Dann haben wir einen Slot mehr. Und dann gucken wir mal. Achso, warte mal. Ich konnte noch gucken, ob ich noch Muni oder Heilung craften kann. Nee, kann ich nicht. Ich hab nur einen. Na gut, David. Da hinten ist noch eine Nebenmission. Da hinten ist noch eine Nebenmission. Kannst doch gucken, ob du Muni herstellen kannst. Habe ich gerade. Kann ich nicht. Dann stell ich noch Muni her. Da hinten ist noch eine Nebenmission. Ich hab da mal eine Tür aufgemacht, da lag so ein Typ am Boden. Und da noch rein schnuppern? Ja, klar. Dann schnuppern wir da mal rein. Dann schnuppern wir da mal rein. Ach stimmt, den Händler gibt's ja auch noch. Ohne Schotgun mit Feuer. Generell. Gar nicht so uninteressant. Gar nicht so uninteressant. Gar nicht so gut. Ja. Ja. die feuerschotten würde ich wenn wir uns leute ist die frage ob ich dann noch genug materialien habe um die zitieren was macht uns mit was hast du denn du musst rausgehen im inventar musst du aufgucken da musst du f2 drücken ich kann die noch nicht so geil tun kann ich aber noch verkaufen packen wir die erstmal weg und sammeln ein paar geile sachen die kann ich auch verkaufen die haben keine dollen sachen drauf was hat die die behalten wir noch die behalten wir erstmal und die behalten wir die behalte ich einfach weil ich die toll finde so verkaufen ja wir haben Essen aber es ist einfach nicht das gleiche als etwas frage von der Kiel weißt du was ich hab so viel nicht herrscht was nicht die lila Sachen verkaufen ok zurückkaufen geht gar nicht auch mal ausgefunden genau die blauen sachen kannst du da kaufen aber da was ist eigentlich auch wurfgeschosse kannst du immer noch kaufen wurfgeschosse die hast du auch permanent na gut ja und ja David dann let's go äh zu dem du musst mal hier lang David ich bleib auch nicht ok ich hab nicht gemerkt dass du mir äh an mir vorbei gelaufen bist achso du bist einfach anders rum gelaufen nee zu le ich weiß was du bist du bist okay ist es etwas was ich kann um dir zu helfen Hilfe das ist was sie sagt David kannst du mal aufhören ihn so in den Schritt zu starren ich bin kein Thief ok wer hat dich von dir geteilt Denise sie kam in auf seinem Knie die war ich auch immer ja ja die 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 Dann wird er dich richtig sehen. Okay, einfach stopt trashing den Ort. Ich werde zurück. Ich werde zurück, David. Ich kann nicht mehr trinken. Warum wird jeder einfach so schön sein? Ja, den Geldbund. Den Geldbund. Gute Glück. Du brauchst ihn. Mal gucken, ob wir den Prinz finden. Messer in die Korb. Sorry, ich bin da immer voll weg, wenn ich diese Animationsstarre. Nach oben. Guckt uns nicht mal an. Bei mir guckt es natürlich an. Ich bin glücklich, dass wir Freunde sind, Andrea. Bei mir ist es ganz gut, Andrea. Bei mir ist es ganz gut. Ich habe meine Hande zu Emma und Sam. Nichts, dass sie in einer Zeit vergessen werden. Technically, das ist ein Schuss, aber ich kann nicht nur ein einzigen Witness, die kann die Geschichte zurückkommen. Ah, Emma war so eine schöne Mädchen. Die Fähne hat nicht so nett zu ihr. Aber vielleicht, etwas Gutes kann aus diesem Horror kommen. Gutes kann aus diesem Horror kommen. Ja, vielleicht. Ich denke, vielleicht mit Sam, sie kann wieder anfangen. A second chance. Das ist die wichtigste Sache in der Welt. Miracke, die passieren. Sie wirbt auch mit ihrem Fuß. Sie wirbt auch mit ihrem Fuß und so. Ich kann sagen, dass sie dich liebt. Wir werden jetzt sicher sein. Für einen Moment. Ich sah die alte Emma. Oder eine Glimpse auf den neuen. Vielleicht. Was in der Kamele, bitte. Was in der Kamele wird. Und was in der Kamele, bitte? Das war unsere Residenz. Danke. Good luck. God bless. Ja, genau. Oh, are you going back downstairs? Oh, da muss wirklich jeder an die ersten Abwasserkanne erinnern. Jetzt noch mal in den BGG-Bahnkleider schon kommen. Da waren noch ein paar Truhen und safe ein kleiner. Okay. Ich darf wieder mit meinem Freund David spielen gehen. Ja. Juhu. Hey, Emma. You there? Sam? No? Well, I'm sure they're fine. Was soll ich jetzt tun? Oh, ich bin tot. Das Wasser abdrehen? Und was soll ich jetzt tun? Das Wasser abdrehen? Nein. Ich hab' den Kasten ausgedeckt. Ich hab' den Kasten ausgedeckt. Wann die Kasten da ist? Nee. Ich hab' den Kasten ausgedeckt. Ich hab' den Kasten ausgedeckt. Nee. Nö. Ja, was gut ich... Na, hier läuft halt das Wasser runter, ne? Aber... So, da muss ich da auch noch denken, dass ich schießen. Ah, da hinten ist ne Stromkasten. Ja, da hinten ist ne Stromkasten. Ja, da hinten ist ne Stromkasten. Ja, da hinten ist ne Stromkasten schießen. Ich weiß, dass immer noch Strom drauf. Ja, jetzt ist er weg. Ich kann' den nicht aufheben, David. Ja, das ist gut. Ich steh' den wieder auf als Zombie. Okay. Dann lad' ich nun mal nach. Oh, jetzt bist du weg. Ich hab' sogar vorzulegen. Selbstverständlich für ihn wieder. Ich hab' die Lagertüte, ey. Was ist das hier, ey? Oh, die Kanalisation war die da sonst. Ich halte die beiden. Viel Spaß. Ich werde meine Pistole ausprobieren. Ich bin tot. Ich bin hier durchgelaufen. Ich mache mal wieder Licht an, das war X, meinte der David. Ich habe das Haus probiert, aber Andrea hat gesagt, dass du bereits ausgerufen hast. Ja, sie wollte uns bleiben, aber... Wir müssen mit ihr sein. Hey, wer ist da? Hey, Patton, Sammy, open up. Over to you. Oh, hey. Oh! Hello! It's a mess! Everywhere! Oh! 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 Miss John! Oh! There's no need to kneel. Oh! We're not the queen. Call me Emma. Yeah. Tap on. Ah! Patton. And I'm Sam B. You know, who do you voodoo, bitch? Patton. I really need your help. There's a helicopter on Hollywood Boulevard. Just needs a pilot. Oh! No, 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 no! I... I can't. You know, Omen to kill? Yeah. Remember how Randy couldn't get back in a car after his crash? Huh. But then, when the monster was about to get me, he suddenly shows up in a Camaro and saves me. So cool! I need you to be my Randy. Be Randy for all of us. Okay. Okay. Yeah. Yeah. I'll try. For you. Thank you. I think I'll remember how to fly. We are going to die in a fireball. He won't let us down. Come on. That's not fun. This way for the happy ending. Thank you. Kind sir. Ancient history. It's time for you to be the star. Warm up, huh? Prom. Messer in frontendo, host Yeah! Where staff are awake? Everyone ok? Orphan die. DICKTrump! ich bin die dicken kisten öffnen aber ich brauche mich Allwannix. Allwannix. Riecht wohl gut, würde ich sagen, da drinnen. Ah, cool. Die sperrt uns aus, die Kleine. Hat sie das ausgelöst? Hat sie das ausgelöst oder ist das ein Zufall? Das klappt. Oh, oh. Ich weiß nicht, was Feuer ist. Ach, so ist wieder ein Mini- Ja, Mini-Raisal. Was müssen wir machen? Wir müssen 10 machen. Wir müssen 10. Da hinten ist 10. Gucken wir mal ein Wasser an. Wird das noch? Ja. Ich habe jetzt 20 gemacht. Nee, wir brauchen 10. Ah, hier ist es noch. Hier ist ein Trufz, ja. Na, irgendwo muss auch noch so ein rotes Rad liegen. Ich habe eins gefunden. Das rote Rad ist hier. Ah, da geht es hin. So. So. Dann kann man den 10er anmachen, dann haben wir 8 schon. So, der zweite ist 20. 20. Hier ist ein 20. Hier ist der 20er. Na, da muss der hier ausgehen. Genau, der ist aus. Jetzt machst du den 20er an. So, dann kann man auch ... ... Ich habe alle Fortschritte gesehen, ich habe alle Fortschritte gesehen. Ich habe alle Fortschritte gesehen. das war doch gar nicht so verkehrt dass ich aus versehen eigentlich gerade ganz am anfang den erst mal angemacht ich glaube ich bin auf starkstrom dinge getreten oder hier sind hier sind so blutblasen drangewesen die explodieren daran dass ich gar nicht voll genommen